Oft macht das Leben erst im Nachhinein Sinn, also im Nachhinein im Erkennen, wenn schon etwas vergangen ist, also wenn es erlebt wurde, wenn es eine Weile her ist und man einen gewissen Abstand dazu hat. Und die Frage ist, warum ist das so? Wieso brauchen wir im Leben immer wieder einen gewissen Abstand, um Dinge tatsächlich überblicken zu können, überschauen zu können, erkennen zu können und vielleicht optimaler bewerten zu können? Ganz einfach, indem wir einfach nicht mehr so involviert sind. Wenn wir engagiert sind bei einer Sache, bei einer Verhaltensweise, in einer Beziehung, überhaupt auch im Leben, dann sind wir natürlich in unserer Konzentration auf diese Dinge konzentriert. Dann sind die ganz wichtig. Dann haben wir eigentlich keinen, wenn man so will, Arbeitsspeicher übrig, mit dem man etwas überschauen kann. Also mit dem man es zum Beispiel angleichen kann oder vergleichen kann mit dem, was man schon ähnlicherweise mal erlebt hat. Also das Gehirn besteht ja daraus oder das Gedächtnis besteht daraus, dass man Ähnlichkeiten abgleicht und auf Differenzierung hin abgleicht, wenn man das so mechanistisch ausdrucken mag, also als Möglichkeit, als Arbeitshypothese. Und das braucht natürlich einen gewissen Aufwand. Und in dem Abstand brauche ich dann auch eine Entspannung. Da brauche ich eine Klarsicht. Da muss ich klar sein. Und klar hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das heißt zum Beispiel wach sein, bereit sein, motivational bereit sein, engagiert sein, im richtigen Kommunikationsverhältnis oder in einer Kommunikationsbeziehung zu stehen zu einem Menschen, der mir das dann in seiner Begleitung ermöglicht. Oder in der eigenen Reflexion. Beispielsweise, wenn man darüber eine Geschichte schreibt, eine Geschichte entwirft oder ein Gedicht schreibt. Also irgendwo bibliotherapeutisch im weitesten Sinne darüber dann schreibt, mit diesem Abstand und dieser Muße. Hinzu kommt noch, dass man tatsächlich nicht in diesem Engagement involviert ist, also beansprucht ist, im tieferen Sinne einfach emotional sehr stark beansprucht ist, eine Aufgabe hat, die zu erledigen ist in dieser Aktualität. Sondern hier ist jetzt dann im Nachhinein oft der Freiraum vorhanden. Ich bin nicht mehr direkt mit der Sache beschäftigt. Die Sache ist also in dem Sinne nicht mehr gefährlich, weil sie ist überstanden, sie ist durchstanden. Man hat sie durchgemacht. Und kann es sich jetzt leisten, in der historischen Perspektive, im historischen Überblick, an die Sache heranzugehen. Also viel ruhiger zum Beispiel Deutungen, Analysen zu machen, Klärungen zu schaffen und damit umzugehen. Also eine echte Entlastung im Abstand. Das ist ein Grund, warum wir so ein ausgeprägtes Gedächtnis haben. Weil die Dinge, die im Gedächtnis da sind, immer wieder empor treten können bei Anlass, bei Aktualität. Aber überhaupt auch, wenn man sich dann die Zeit nimmt, an etwas zu denken oder sagt, ja, wie war denn das beispielsweise vor 20 Jahren? Was war denn vor 20 Jahren in meiner Biografie? Und zunächst entdeckt man da erstmal Eckdaten und sagt, ach ja, damals hatte ich diesen Beruf, hatte ich gerade diese Ausbildung abgeschlossen. Oder ich war im Ausland oder ich war auf einer Reise, was auch immer. Und diese Eckdaten erschlüsseln dann assoziativ, wenn man sich willentlich daran erinnern will, aus dem Vorbewusstsein, das sind ja vorbewusste Aspekte, diese Eckdaten, diese biografischen Eckdaten, erschlüsseln die dann die Inhalte mehr und mehr. Und je mehr man assoziiert und je mehr man an diese Sache rangeht und sich da stellt und willentlich da etwas produziert aus dem Gedächtnis heraus, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mehr Zusammenhänge erfährt. Und dass man allein schon durch diesen Erinnerungsprozess, diesen assoziativen Erinnerungsprozess, tatsächlich dann neue Erkenntnisse gewinnt. Und deswegen lohnt es sich immer wieder, sich auf vergangene Aspekte des Lebens biografisch einzustellen. Und dann kann man durchaus so etwas machen wie eine Biografiearbeit. Und diese Biografiearbeit ist in der kognitiven Therapie sehr verbreitet. Das ist also nicht nur etwas, was aus den tiefen psychologisch orientierten Therapieverfahren kommt, sondern das ist auch im Kontext der kognitiven Therapie möglich. Und Biografiearbeit bedeutet, ich gehe ganz bewusst an diese Episoden heran. Also ich lasse sie jetzt nicht, wie zum Beispiel in der Freien Assoziation, fluktuieren in diesem Ruhezustand der Freien Assoziation, in diesem Freiheitsgrad, sondern ich gebe ihnen eine Struktur, also eine gewisse Vorgabestruktur, wo man sagt, ja, vor 20 Jahren, ja, damals, als du Abitur gemacht hast, oder als du Jugendlicher warst und in der und der Schule warst und dann da später Abitur gemacht hast oder eine Berufsausbildung und solche Sachen. Also das ist dann etwas, was man auch tatsächlich sehr bewusst inszenieren kann und darstellen kann. Stichwort eben, wie gesagt, Biografiearbeit, an der man dann arbeiten kann. Um es nochmal zu sagen, der Abstand, der zeitliche Abstand, das nicht mehr unmittelbare Involviertsein in emotionaler Hinsicht, in Verhaltenshinsicht, in kognitiver Hinsicht, also in der Hinsicht des Denkens oder des Problemlösens oder der Herausforderungen und all das, ermöglicht einem dann wesentlich mehr Klarheit, mehr Klärungsperspektive und damit Bewusstseinsperspektive und dadurch kann man die Dinge einfach besser beurteilen oder man kann sie wieder neu beurteilen, man kann sie wieder neu bewerten, man kann sie umdeuten und das lohnt sich im Leben immer wieder zu veranstalten und das kann man eben auch, wie gesagt, in der kognitiven Therapie ganz schön inszenieren und damit nähert sich die moderne kognitive Therapie beispielsweise den tiefen psychologisch orientierten Verfahren und das ist sehr wertvoll.